hallo und willkommen zu einer neuen folge super meatball dark world edition mit mir dem nico hier auf stevio tv genau gut stoppuhr ist gestartet zehn minuten el topo go go ach habe ich das level nicht auch schon mal angefangen gehabt ich habe ja die zwei level in der vorigen folge glaube ich gemacht das kann spaßig werden hier bin ich glaube ich nicht weitergekommen nee ich konnte nicht springen habe ich das nicht geschafft das level ah oh Oh Weee Scheiße Da kommt alles Fuck Fuck Das Verdammte Scheiße Boah, das geht ja gar nicht Oh Runter Geh runter, du Batsch Aber Der Trick für hier unten ist ganz gut Ja Nice Und das sind nur 2 Minuten 20 Oh lol Oh Ich muss da glaube ich auf die andere Seite von dem Laufband Oder? Moment Das geht glaube ich auch so Scheiße So nicht Ja Oh Gott Da oben ist ja so ne Die hat mich grad voll erschrocken Oh nein Das wird wieder so ein Level Ah Scheiße 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 denn das Asi-Loch 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 Scheiße Asi-Loch Wow Ausgewichen Nicht Ach scheiße Bin ich zu spät nach rechts 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 Oh scheiße Da hätte ich ja gleich nach rechts kommen Egal Da bin ich zu früh nach links Und da bin ich nicht mal hingekommen Oh 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 Ich will nicht Boah wie schnell schießt denn das Ding Und wo war denn der Schlüssel Ach da unten Oh scheiße Da stand ich zu nahm dem Ding Dann ist es schon weg Dann konnte ich dann nicht mehr springen Oh Ach ich bin doch auch so ein Hans-Bauer-Nougat-Schnittchen Ja So sieht's aus So Die schießt halt so schnell Ich hab den Schlüssel Wiii Das geht noch auf Das wusste ich nicht Sonst wäre ich da noch so geblieben Ach Fuck Wieso springe ich hier ab Als ob ich grad voll vergessen hätte Wie ich das immer gemacht hab So Boop 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 So Da bin ich voll reingerannt Kann man nix machen Ist halt Inkompetenz Nein Das ist richtige Inkompetenz Das auch So So Ich hab die Schlüssel Fuck Fuck Ich hab nur noch gewartet Bis es sicher offen ist Da rechts Aber Dann bin ich nicht mehr rüber gekommen Offen war's aber Also Wär ich rüber gekommen Dann hätte ich's glaube ich geschafft So Hüpf 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 Runter Links Scheiße 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 Tod 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 Hm Ich dachte grad ich hab was gehört Scheiße Scheiße Oh god Hüpf Hüpf Zack 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 Letches Zack So Hüpf Runter Rüber Nicht rüber Weil tot Hüpf Hüpf Drei Und tot Ah das kann eine Weile dauern Eins Zwei Eins Zwei Drei Vier Jetzt hab ich was gehört Und da bin ich wieder Also unerwarteter Besuch Äh Die Folge ist ja aber eh schon vorbei Äh Waren ja jetzt Neun Minuten Dreißig oder so Und dann sag ich Bis zum nächsten Mal Ich hoffe es hat euch gefallen Und tschüss